Ihr habt erlebt, wie das Abenteuer begann. Hallo? Hallo? Hören die mich? Ja, natürlich hören die dich. Geil! Ihr habt die Helden kennengelernt. Welche Seite denn, Mann? Da, ich sehe Kürbisse, ich sehe Schafe. Ich sehe Ela. Hinter dir, rechts oben. Hallo! Ja, oh mein Gott! Und ihr habt miterlebt. Geht unsere Reise weiter? Natürlich geht unsere Reise weiter. Wie ein neuer Platz zum Leben gesucht wurde. Oh, da ist ein Wasserfall. Vielleicht ist es da hübsch. Ich gehe gucken. Der Berg hat einen Nippel. Oh, hier ist voll schön! Was er allerdings nicht gesehen hat, war dieser gemeine, hinterhältige Angriff. Der Creeper. Dieses einschneidende Erlebnis zwangen die Helden dazu. Gänzlich nah hinzufangen. Gänzlich nah hinzufangen. Ich nehme die Hübsch. Ich nehme die Hübsch. Wir setzen uns ab, so wie ein Böckchen. Ich nehme die Hübsch. Ich nehme die Hübsch. Janik. Ich nehme die Hübsch. Wir setzen uns ab. Ciao. Dungeons, Quests, fantastische Bauern, dies alles und viel mehr. Erwartet unsere Helden und auch dich in der nächsten Folge.